Wussten Sie, dass mehr als drei Viertel aller Unfälle in der Freizeit passieren? Bei ganz alltäglichen Dingen, in den eigenen vier Wänden, im Garten, bei den großen und kleinen Missgeschickten unserer Kleinsten. Am Weg zum Einkaufen oder beim Sport wussten Sie, dass diese Freizeitunfälle nicht von der gesetzlichen Unfallversicherung abgedeckt sind? Aber alle 40 Sekunden ein solcher Unfall passiert? Also seit Beginn des Videos genau jetzt! Mit der Donauunfallversicherung sind Sie trotzdem sicher, selbst wenn es in der Freizeit ein bisschen wilder zugeht. Mit Leistungen, die auf Ihren Bedarf abgestimmt sind. Inklusive Sonderklasse nach Unfall, um ganz sicher zu gehen. Samt Assistanceleistungen wie Haushalts- oder Pflegehilfe, für den Fall der Fälle. Und vielen weiteren Zusatzleistungen, die wir gerne mit Ihnen persönlich besprechen. Tja, das Leben kann manchmal so einfach sein. Donauversicherung, so stelle ich mir das vor.